Hallo, ich würde Sie gerne einmal zu einem Spaziergang durch unsere Gärtnerei einladen. Wir sind eine der letzten Gärtnereien der Stadt Osnabrück und ziehen bereits seit über 60 Jahren Blumen hier in Sothausen groß. Bei uns können Sie überwiegend Blumen aus eigener Anzucht kaufen. Das ist nicht nur ein schönes Gefühl, sondern auch eine Art Garantieversprechen in Bezug auf gesunde, widerstandsfähige Pflanzen. Eine riesige Auswahl an Sommerblumen erwartet Sie bei uns. Da werden Sie staunen. Und das ist jetzt nicht nur irgendeine Floskel. Im Mai ist das hier wirklich ein wahres Blütenmeer. Nachmittags hätten wir dann noch eine Sehenswürdigkeit. Hinter den Gewächshäusern lauern nämlich unsere Alpakas. Wir versuchen an verkaufsoffenen Tagen die plauschige Bande zwischen 14 und 16 Uhr auf die Wiese mit Zugang aus der Gärtnerei zu lotsen. Manchmal hängen Sie auch lieber im Stall rum oder fläzen sich unter einen Baum und Sie sind nicht zu sehen. Wenn Sie jetzt einen Ausfluktionsplan und auf Nummer sicher gehen möchten, am besten kurz durchrufen, ob und wann sie zu sehen sind. Die Wolle der Alpakas schicken wir übrigens in eine Manufaktur. Und im Herbst haben wir dann schöne warme Handschuhe und Socken aus Alpakawolle im Angebot in unserer Stöberstube. Hier haben wir außerdem liebevoll ausgesuchte Dekorationen, Wohnideen und Geschenkartikel. Zurück zu den Pflanzen. Neben den Sommerblumen haben wir noch eine große Kräuter- und Gemüsepflanzenabteilung. Der Gemüsebau ist eigentlich unser Ursprung. Da hat mein Opa 1957 mit begonnen. Umso mehr freut es uns, dass Gemüse und Kräuter in den letzten Jahren wieder so einen Aufwind im Garten und auf dem Balkon haben. Sei es die Naschtomate im kleinen Kübel, eine Minze für erfrischende Getränke oder eine Süßkartoffel in einer Blumenampel. Heutzutage muss es kein klassischer Gemüsegarten mehr sein. Ich würde mich sehr freuen, Sie begrüßen zu dürfen. Bis demnächst! Untertitelung des ZDF für funk, 2017